ja leute weiter geht es mit der beta von skyforge ich hatte ein paar probleme auf dem deutschen server mit den einstellungen beziehungsweise mit den klassen fortschritten ich habe da ja einige videos hochgeladen wo man sehen kann dass es doch ein bisschen anders war als ich mir gedacht habe unter anderem die verteilung der funken und der fortschritt war halt nicht so wie ich mir das vorgestellt hatte dementsprechend habe ich es auf dem amerikanischen server beziehungsweise na wieder neu angefangen und setzte dort im standard gemäß weiter mit der questreihe die wir auch schon im deutschen begonnen hatten hier sind wir dann jetzt bei 874 prestige also ich bin mit dem charakter hier nicht so weit fortgeprescht was eventuell auch mein fehler gewesen sein könnte denn hier ist mir zurzeit echt ja es passt auf jeden fall vom schwierigkeitsgrad wie es nachher aussieht das weiß ich nicht ja das war es dann auch mal zur erläuterung einige haben das mitverfolgt im forum und haben gesehen dass es bei mir in mit dem anderen mit der anderen charakter auswahl in dem an im anderen server nicht ganz so gut war und ja wir werden es jetzt auf jeden fall mal anders und besser probieren hier muss ich jetzt mal mit dem totengräber reden der sie hat sich richtig cool aus ja wie ihr hört wurde die sound stärke wohl eingestellt vorher war es ein bisschen anders ich werde das gleich wieder ein bisschen hochsetzen unter anderem dürfte euch jetzt auch aufhallen dass die grafikeinstellung etwas besser ist Ich habe zuerst geschafft, sich mit der Elinette zu verbinden und ich sah deinen Post über den Gravedigger. Also habe ich dich entschieden, zu kontaktieren. Bitte hilf mir, find out, was passiert mit mir. Es muss ein Weg raus sein. Geh, geh jetzt weg. Ich kann nicht mehr die Schmerzen kämpfen. So, und ich zeige euch das mal kurz. Hier wurde zum Beispiel die VHS aktiviert und hier ist mittlerweile alles sortiert mit den einzelnen Einstellungen, die dann auch auf Hoch bleiben zur Zeit. Ja, Objektdetails, das funktioniert auch nicht und das hier funktioniert auch noch nicht. Das wird automatisch runtergesetzt, aber ein paar Sachen haben sie auf jeden Fall schon mal gefixt. Hier machen wir mal die Stimme, Umgebung, Benutzer, Effekte. Ich hoffe mal, dass das so dann besser ist. Das Ding ist, mit meinen Kopfhörern höre ich natürlich immer noch ein bisschen anders als ihr da draußen. Ach, das ist alles nicht so einfach. Ich werde die Stimme noch ein bisschen hochsetzen, damit ihr die wenigstens auch reden hört. Wenn sie reden, die Effekte, ja, wenn ich kämpfe, dann sollten sie auch ordentlich zu hören sein. Die Umgebung muss nicht unbedingt so laut sein. Ja, was sagt er hier? Ich sprich mit Herida im göttlichen Observatorium. Hier wurden... Warte, was habe ich hingedrückt? Ähm... Doch, F11, da komme ich nicht raus. Ähm, muss ich da... Ach ja, stimmt, ist ein Open World Map. Es wurden einige Sachen verändert. Unter anderem... Ist das Ding wieder laut. Ähm, ähm... Ich schaue ich euch mal ein bisschen. Ähm, Profizienz, hier wurde geändert in Tüchtigkeit. Besser wäre eigentlich Waffenexpertise. Oder Kampfexpertise. Leider ist das hier jetzt Tüchtigkeit. Hört sich ein bisschen, ja... Komisch an. Ja, ihr seht, ich habe keine Hilfswaffe dabei. Das ist einfach so, damit ich nicht über 800 Prestige komme. Und der Schwierigkeitsgrad sich wieder erhöht. Das habe ich jetzt von anderen Leuten gelernt. Und das unter anderem werde ich auch keine besseren Ringe verwenden. Denn sollte ich die verwenden, steigt wieder der Schwierigkeitsgrad der Instanzen. Ja, ich möchte aber jetzt erstmal Quests machen. Damit die Instanzen nicht zu schwer werden, ziehe ich auch keine besseren Ringe an. Sonst wird das direkt stärker. Aber der Schaden steigt dann nur um ein, zwei Punkte. Und dann ist der Schaden... Ja, die Innisten kriegen die Viecher 100 Leben mehr. Aber ich kriege nur einen Schaden dazu. Und das ist nicht so das, was gewollt ist. Ich habe mir da ein paar Tipps geholt von einigen Leuten. Wer weitere Tipps hat, kann sich die gerne melden. Anmelden hier. Ja, Kryostrahl kommt auch erst bei mir später. Da würde ich gerne mal hier schauen, ob der wirklich 102 Schaden mehr macht. Prozent natürlich. Und ja, hier sind wir hier beim zweiten. Haben wir freigeschaltet. Skills ist noch nicht so weit. Okay. Weiter geht's. Naja, hätte ich das andere nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell so viel anderes zeigen können in den Videos. Und dementsprechend habe ich gedacht, komm, machst du erst mal ganz schnell. Ja, dann sag doch mal, was wir machen sollen. Und das denke ich auch. Dann gehen wir mal zu Iana. Und dann gehen wir mal. Ja, wieso hatten die keine Stimme. Ja. Und was hast du jetzt vor? Ach ne, er. Was hat er jetzt vor? Ich glaube, boah, wieso. Und wieder zurück. Ja, dann schauen wir mal nach. Was der liebe Markus uns sagt. Ja, das ist ja mal ein netter Skill. Das ist der Totengräber da hinten. Der Nekromant. Der Totengräber. Mein Gott. Schon sehr cool, oder? Ja, Junge. Markus, 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 da hinten. Eindeutige Beweise. Kann man anvisieren. Space drücken. Also Leertasse. Und dann läuft der da automatisch hin. Ja, noch ein bisschen ruggelig und habbelig. Ach, der redet ja englisch? Ich hab gedacht, der redet russisch, weil es gerade von der Stimme ein bisschen baff. Stimmt ja, hier auf dem US-Server ist natürlich ein bisschen Englisch drin. So, jetzt müssen wir hier weiterholt. Alinet nach Informationen durchsuchen. Werden wir direkt mal tun. Das sieht man unten an diesem grünen Zeichen auf der Map. Nicht weit von Lamba Forest. Hier sieht man auch die Punkte und was man verteilt hat, glaube ich, ist das hier. Ja, genau. Ne, was man hat, glaube ich, ist das hier eher. 117 Dinge hab ich nicht freigeschaltet. Und Punkte reingetan hab ich auch mehr. Jo. Und da gibt's wieder eine Belohnung. Diese Multiplikatoren. Duplikatoren heißen die ja hier. Ja, und jetzt müssen wir das nächste Ding an der Freie machen, wahrscheinlich. Genau, Kyries. Dafür brauchen wir 1000 Punkte. Ja, die werden wir dann erfahren, beziehungsweise die Punkte dafür werden wir erfahren, zum Beispiel in der Ausgrabungsstätte Isola. Werde ich dann mal tun und ihr könnt ja dann beim nächsten Mal reinschauen, wenn ich 1000 Punkte hab und in der nächsten Instanz bin, beziehungsweise die Quest weitermachen kann. Solange sag ich Dankeschön und haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss. Musik.